Liebe Kunden und Freunde von Wichers Sport, nach Jahren der Einschränkungen findet dieses Jahr Gott sei Dank die Essen Motor Show mal wieder in gewohntem Umfang statt. Auch wir sind mit unserem Stand in Halle 7 wieder vertreten und bieten euch natürlich auch den Messerabatt von 10 Prozent wie die Jahre davor. Allerdings haben uns auch Stimmen erreicht von Leuten, die nicht zur Messe kommen können. Für diese Leute möchten wir einen Service anbieten, dass ihr euch bei uns im Büro in Nienburg melden könnt, per Telefon, per Mail etc. Und auch dann werdet ihr zwischen dem 2. und 11. Dezember den Messerabatt bekommen. Wir wünschen euch viel Glück und freuen uns auf euch.